einen wunderschönen guten tag zu einer neuen folge von spotting day der dennis spitt dass wir befinden uns in bremer hauptbahnhof und da ist mein ic 2310 mit dem ich hergekommen bin und ich präsentiere ich nun die neue folge hier in bremen hauptbahnhof ich wünsche euch viel spaß beim ansehen dieses videos und ja habt viel spaß damit und dieser ic 2340 jetzt auf dem weg machen zunächst zum nächsten halt hamburg bevor er dann später zu seiner endstation westerland sylt fährt mit ungefähr 27 minuten verspätung grund dafür war eine repartor am zug sich dann seit essen bis hierher abgesetzt hat so ic 2310 hat ausfahrt und gleichzeitig hat auch der c e ausfahrt der gegenüber ein fahrt metro autonom steuerbank voraus und und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Einfahrt Regionalbahn als Metronom Auf gleich 10 Wechselt nun die Fahrtrichtung und fährt als Regionalbahn zurück Steuerbahn voraus Ihre nächsten Anschlüsse ICE-6 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 ICE-7 ICE-6 ICE-8 ICE-7 Rundfunk Abfahrt gleich mit 12 Uhr und fachsicht von der Ritzbohr. Die Ritzbühne sind in der Ritzkarte auffahrt und die Fahrzeugauffahrt durch Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt durch die Ritzbühne. Aufgrund der Ritzbühne ist die Ritzbühne. Der Start 1998 Erief, r lipively criticized für Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt, und beim Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt und vor dem Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt durch Abfahrt. Ach lah. McLaren ist die Ritzbühne und Erwuhm der AutodšRash. O Ur Ministrin gab an, C-d � Raefen. X-d die Ritz Eing像 Bremse war ausgel sehr fáce, doch こartet假 Goeèce! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tja, den IC habe ich leider nicht mehr ganz drauf gekriegt bei der Abfahrt. Langer Bahnsteig, aber ich hoffe es geht auch so. So, da ist der nächste IC angekommen, auch IC E4. Na, könnt ihr erkennen welche Baureihen das sind? Ich versuche es mal näher. Ah, ihr müsst raten, schreibt es gerne in die Kommentare. Dort steht ein Metronom, warum auch immer, angezeigt ist nichts, sie läuft, bzw. die Lok läuft, die 146. Ist auch oft gebügelt, aber ich weiß nicht warum sie dort steht und ja, ihr seht hier noch ein paar Dostos abgestellt, ohne Ende. So. In einer guten halben Stunde geht mein Zug. Und ich finde den Bahnhof hier wunderschön, muss ich wirklich sagen, er gefällt mir. War eine Reise wert. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr seht, auch hier ist das Wetter wunderschön. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Was will das Spotter Herz mehr? Wenn jetzt hier nichts mehr Großartiges passiert, war es das von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Und tschüss. Euer Didemspieters. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.